... eine wundervare Klasse... Wir begrüßen mit der Startnummer 139 Miriam Schulz Mit der Startnummer 140 Miriam Cavanas Mit der Startnummer 141 Claudia Schäle Mit der Startnummer 142 Claudia A Mit der Startnummer 143 Alexander Antonitsky Mit der Startnummer 144 Jacqueline Stever Mit der Startnummer 145 Roman Orange Mit der Startnummer 146 von Lituinia Inona Baskoniene Mit der Startnummer 147 von Lituinia Inga Aramine Mit der Startnummer 144 Petra Hora Mit der Startnummer 144 Ja, so ist gut. So, eine Viertelkurung nach rechts, bitte. Eine weitere Viertelkurung nach rechts. Eine weitere Viertelkurung nach rechts, bitte. Und eine weitere Viertelkurung nach rechts, Richtung Bühne in Vorderflug. So, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen jetzt eine sehr gute Viertelkurung nach rechts. Bitte zu mir vorne auf die Bühne, die Stattung 140, in die Mitte, in die Mitte, hier zur Seite bitte die Stattung 143. Auf die andere Seite bitte die 146, please. Bitte die 147, 147. 149, please. 149, zu der Seite. 149, zu der Seite. Und bitte noch die Intuner 144, neben die 149. So, Doppelbittels von vorne, bitte. Einmal weissers, please. Weg nach rechts, bitte. Danke schön, Blick zum Bühne-Intergo, face to the rear of the stage. Double biceps from the back, please. Danke schön, thank you, face to the audience, Blick ums Publikum, eine Paul Huppein-Grosse mit. Danke schön, Ladies, bitte wieder an die Bühne-Intergo zurückkehren. Super, Saki! So, von der Seite Nummer 148, 148, please. Please, in the middle. Auf der Seite ein Nummer 15. Becker! Auf der andere Seite 142, bitte. 141 auf diese Seite und 139 auf diese Seite, bitte. 151, 109 auf diese Seite. Becker, das ist schon bei euch. So, Doppelbiceps von vorne, bitte. Eine seitliche Brustpose, seit Chess, bitte. Danke, Kiefer, seit Triceps, seit der Drittespose. Danke, Kiefer, seit der Drittespose, seit der Drittespose, seit der Drittespose. Danke vielmals, Blick zum Publikum, face to the audience. Erkommene an St. Thijs, Baug und Beine bitte. Dankeschön, bitte wieder an den Bühnenintergrund zurückbinden. So, ich hätte gerne noch einmal vorne, und zwar in der Mitte die Startnummer 143. Hier zur Seite die Startnummer 144, bitte. Auf die andere Seite die Startnummer 140, bitte. Und die Startnummer 149, bitte. 149, please. To that side. Wir sind noch ein bisschen mit Stoß. Thank you. Damit weiss es, please. Wir sind noch ein bisschen mit Stoß. Wir sind noch ein bisschen mit Stoß. Wir sind noch ein bisschen mit Stoß. Vielen Dank.